Johann Schwen ist ein Anwalt, ein Freund der Familie, der den Philipp Rehmsma schon aus Kindertagen kennt und sich der Familie verbunden fühlt. Ich weiß nicht ganz genau, wie eng die Freundschaft, die beschrieben wird, wirklich ist. Auf jeden Fall sehr gute Bekannte bis befreundet. Er ist geschätzt als Anwalt von der Familie, also nicht nur als Freund, und wird zu Rate gezogen und ins Vertrauen gezogen in dieser Extremsituation der Entführung, weil er vertrauenswürdig und loyal ist. Ich glaube, dass er wirklich gewohnt ist, wenn er die Fäden in der Hand hat, souverän mit den Dingen umzugehen, dass er aber, wenn es Irritationen gibt oder er das Gefühl hat, die Kontrolle zu verlieren, dass dann seine schwächeren Seiten zutage treten und da kommt er ins Straucheln und spürt den Druck der Situation. Und dieser Druck und sein Erfolgsdruck insgesamt, ich glaube, das ist ein sehr ehrgeiziger Mensch, der unbedingt gewinnen bzw. das erreichen will, was er sich vorgenommen hat. Relativ arrogant, eitel, klug, selbstsicher, intelligent, schnell im Kopf, eloquent und auf einmal nutzen ihm diese Fähigkeiten nicht mehr so viel. Das ist, glaube ich, sein großes Problem. Der war fertig. Der konnte nicht mehr. Der hätte das gerne zu Ende gebracht, glaube ich, und weitergeholfen. Aber der hat gemerkt, oh, da habe ich ein, zwei Fehler gemacht. Da sind mir Dinge unterlaufen, die mir nicht hätten unterlaufen sollen oder dürfen. Und das verzeiht er sich selber, glaube ich, so wenig, dass er so unter Druck gerät, dass er einfach nicht mehr konnte. Das hat eine gewisse Größe zu sagen, oh, da haben wir alle Fehlern gelassen. Auch ich habe Fehler gemacht. Aber in der Interpretation, wie groß die Fehler waren oder ob er sich, also jetzt am Ende der Geschichte ist es ja so, ja, er hat etwas falsch verstanden am Telefon, aber gleichzeitig ist das, was die Polizei zugesagt hat, nämlich sich wirklich rauszuhalten, nicht passiert. Also ist das irgendwie ein ambivalentes Schuldeingeständnis. Ich habe halt die Auftritte, die ich von ihm gesehen habe, da dachte ich, das hat schon was von Selbstdarstellung und Eitelkeit auch zu tun. Und auch von einer klaren Hierarchie, der sagt, ich bin hier als Anwalt, als Freund, aber wirklich nicht als Küchenschabe. Das muss ich nur wirklich nicht haben. Ich muss hier nicht irgendwelchen Kaffee auf den Tisch stellen oder so. Das soll, bitteschön, das passiert bei mir im Büro auch so, der soll jetzt bitte hier auf den Tisch kommen. So ein bisschen habe ich ihn verstanden. Und das ist ja auch in Ordnung. Dafür war er ja auch nicht da in dem Sinne. So, und ich glaube, er wollte von vornherein klarstellen, das, was die Polizei hier vor Ort macht, das geht durch meine Kontrolle. Und wer sind Sie? Sind Sie kompetent? Haben Sie Befugnis? Das genehmige ich und das genehmige ich nicht. Das ist sozusagen die Grundprämisse, mit der er da aufgetreten ist. Und dann kam irgendwann die persönliche Beteiligung, die emotionale Beteiligung und die Realität, die einem dann manchmal einen Strich durch die Rechnung macht. Ich fand eigentlich die Art und Weise, wie der Hans-Christian Schmidt den ganzen Film vorbereitet hat und uns selber so eine Plattform geboten hat und so detailliert sich das Material zusammengesucht hat, die Gespräche, die er geführt hat, sodass man wirklich sehr viel Hintergrundwissen über die jeweiligen Figuren bekommen hat. Und dann die Arbeitsweise von Herrn Christian Schmidt, die hat mich auch wirklich fasziniert, weil er so viel Vertrauen in die unterschiedlichen Gewerke gelegt hat und ihnen dann auch die Kompetenz überschreibt und sagt, das weißt du bestimmt besser, weil du bist ja die Fachkraft in dem und dem Bereich. Das hat mir gut gefallen. Er wusste ganz genau, was er will und war trotzdem offen für Ideen, Einflüsse und das fand ich eine ganz besonders menschliche und professionelle Art, mit so einer Situation umzugehen, mit der Regie umzugehen. Das hat er sehr, sehr, ja, sehr menschlich und integer gemacht. Auch in diesen Zeiten der Geschwindigkeit und des schnellen Wandels finde ich es toll, sich auf eine solche Geschichte in der Zeit und in der Ruhe und mit der Kraft einzulassen, weil ich finde, dass man, je mehr man sich darauf einlässt, auch wirklich die Stärke dieser Geschichte erfährt. Es gibt sehr viele kleine Nuancen und sehr viele sehr gut beobachtete Dinge, die stattfinden, wo man sagt, ja, es stimmt, so ist das Leben. Und da kann jeder etwas für sich und von sich erfahren und gleichzeitig erfährt man eine wirklich beklemmende, spannende Atmosphäre, die man so wahrscheinlich noch nicht aus der Nähe noch nicht beobachten durfte und konnte, weil so eine Situation, so eine Ausnahmesituation in einer Familie ist ja schon ein bisschen, in Anführungsstrichen, was voyeuristisch, also man guckt ja schon mit einem Brennglas auf die Geschichte und das finde ich eigentlich einen sehr, sehr spannenden Moment. Da spielen all diese Charaktere, die da eine Rolle spielen, die Polizeirichtung, die Familie, innerhalb der Familie, die unterschiedlichen Gewichtungen, der Freund, der aus Frankfurt kommt, der Christian dann, diese ganze Konstellation, die da stattfindet, ist schon ein Kammerspiel der besonderen Art. Untertitelung des ZDF für funk, 2017